Hier ist die Gemeinschaftsaufstellung des FC Bayern München! Ewing Torsten, unsere Nr. 26, Sven! Und unsere Nr. 5, Max! Mit der 7, Franz! Und unsere Nr. 8, Gabi! Die Nr. Robert! Mit der 10, Arien! Und unsere Nr. 1, und unsere Nr. 13, mit der 7, Jerome! Die 25, unser Kapitän Thomas! Und die 32, Joshua! Aufstieg zum Spieler beim FC Bayern für das Tor! Die 22, Torsten! Mit der 2, Sandro! Die 4, Niklas! Und unsere Nr. 6, Thiago! Mit der 14, Huang! Die 9, Sebastian! Und das bei Gott ist die 24, Kommentar! Das alles auch heute unter der Regie ist in der Geschwanz. Lass es treffen, der Tinker Hermann Gerland und Peter Hermann. Und natürlich unser Chefkommunsch Jürgen.